Tag! Guten Tag, herzlich willkommen bei Hüls Porzellan. Ich habe ein kleines Anliegen. Und zwar habe ich hier einen deutschen Markenteller, wirklich made in Germany. Und ich habe aber gehört, Sie haben Alternativen. Ich wollte mich da mal schlau machen, was Sie so anzubieten haben. Dann möchte ich Ihnen hier mal unsere Alternative in Hüls Porzellan vorstellen. Dieser Teller ist vielmals stabiler als herkömmliches Hartporzellan, so wie Ihr mitgebrachter Teller. Das wird dadurch erreicht, dass dieser Teller bei über 1400 Grad im Ofen gebrannt wird. Besonders ist dieser Teller auch durch seine strahlend weiße und makellose Qualität. Eine besondere Eigenschaft von diesem Hüls Teller ist auch die besondere Kantenschlagfestigkeit. Das möchte ich Ihnen jetzt einmal demonstrieren. Wow! Spinnen Sie? Kein Problem. Diesen Teller schenken wir Ihnen. Oh, super! Vielen Dank! Und den hier entsorgen wir mal am besten direkt. Besser wär's. Für Sie vielleicht noch gut zu wissen, unser Teller ist deutlich günstiger als vergleichbare Produkte von deutschen Markenherstellern. Echt? Dann nehme ich gleich noch einen zweiten. Kann ich sonst noch irgendetwas für Sie tun? Jetzt, wo Sie so fragen, ich habe hier tatsächlich eine Naturschieferplatte. Die ist allerdings nicht lebensmittelecht. Was kann man da machen? Da fährt Holzporzellan auch die richtige Lösung.